Was ist mit der Passion, das zu tun? Neben der Passion, das zu tun, habe ich mich nach fast 30 Jahren in einem großen Fast-Moving-Consumer-Konzern, der in elf Ländern als Marktführer im Fruit-Based-Weverage-Bereich gewesen ist, entschieden, das, was ich gut kann, nämlich Leute empowern, Veränderungen managen und gerade hören, was es eventuell braucht, auszusteigen und der Passion zu folgen, das in Afrika zu machen.